Heute schauen wir uns mal an, wie wir Keyboard Support im Web umsetzen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Keyboard Support im Web. Wenn ihr irgendwelche Programme umsetzt oder sowas, ist es sehr wichtig oder häufig eine Anforderung, dass ihr dieses Programm auch mit einer Tastatur bedienen könnt. Das Ganze ist aus vielerlei Aspekten wichtig, einmal für Performance-User, die mit Shortcuts und Tastatur einfach schneller sind, aber auch natürlich für Barrierefreiheit. Deswegen sollte jeder wissen, wie man sowas umsetzt und wir werden das heute mit JavaScript, SCSS und HTML machen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zur Discord, da könnt ihr Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Aber wir verlieren jetzt nicht mehr Zeit und legen direkt los. Auf geht's! So wie immer starten wir das Video mit einer kleinen Live-Demo. Ihr seht hier eine Seite Chrome, hier die Entwicklungstools mit der Konsole und wir haben hier fünf Elemente. Wie immer findet ihr natürlich den Code dazu in der Videobeschreibung, aber ich möchte erstmal erklären, was das Ziel heute ist. Prinzipiell haben wir hier einen ganz normalen Effekt. Ich kann mit der Maus hier drüber gehen und irgendwo draufdrücken. Dann wird eine Funktion getriggert, die uns einfach nur das Element lockt. Mehr macht diese Funktion nicht. Bei euch kann das natürlich jede Art von Element sein, was hier passieren soll. Unser Ziel ist es aber, wenn ich mit den Pfeiltasten navigiere, also in diesem Fall Pfeiltaste nach unten, kann ich nach unten durch alle Elemente durchgehen. Ich kann aber auch mit der Pfeiltaste nach oben durch alle Elemente durchgehen oder auch mit Tab oder Shift-Tab in die andere Richtung. Das heißt, ich kann durch meine Elemente eventuell meine Liste, meine Navigationselemente durchnavigieren, ohne dass ich quasi die Maus brauche. Das ist vor allem bei Performance-Anwendungen, wo man User hat, die mit der Anwendung schnell arbeiten, wo man Shortcuts enablen möchte, sehr, sehr wichtig, sehr praktisch und deswegen sollte man das auf jeden Fall können. Aber auch für die Barrierefreiheit ist es sehr relevant, dass man Keyboard-Support zu 100% gewährleistet. Wir gucken uns jetzt mal an, wie man das mit JavaScript umsetzt. Los geht's! So, und los geht's mit dem eigentlichen Video, beziehungsweise erstmal wie immer mit der Erklärung meines Setups. Prinzipiell seht ihr hier Visual Studio Code, hier an der Seite ist Chrome und hier sehen wir meine Standardentwicklungsumgebung. Wir werden heute mit der Index.html, mit der Style.scss und mit der Main.js arbeiten. Diese drei Dateien sind noch mehr oder weniger leer und umfassen nur meine Standardentwicklungs-Presets quasi. Alles Wichtige dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, da wird das alles erklärt. Wir legen jetzt aber erstmal los mit HTML. Auf geht's! So, und los geht's mit unserem HTML-Bereich. Und das Erste, was wir hier machen, wir brauchen eine Unordered List mit einer Klasse. Diese Klasse nennen wir in unserem Fall einfach Keyboard-Controlled. Und hier drin haben wir ein Li mit einer Klasse Element. Das erzeuge ich mir jetzt mal kurz. Und hier drin haben wir Element 1. Außerdem haben wir hier nicht nur Element 1, sondern auch Tab-Index. Und Tab-Index ist ebenfalls hier 1. Und das Ganze müssen wir jetzt uns fünfmal kopieren. Sagen hier 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir später irgendwie unterscheiden können. Aber was genau bedeutet dieser Tab-Index? Mit diesem Attribut kann man ein Element mit Tab auswählbar machen. Wenn ich jetzt Tab drücke, fange ich direkt bei Element 1 an, weil das der erste Tab-Index ist. Wenn ich hier jetzt weitergehe, gehe ich immer durch die verschiedenen Tab-Index-Elemente durch. Und mit Umschalt-Tab kann ich auch wieder rückwärts gehen. Das heißt, damit kann ich schon mal Elemente auswählen. Und wenn ich jetzt Enter drücke, passiert natürlich noch nichts. Aber erst einmal wollen wir auch gucken, dass unsere Liste so aussieht, wie sie in der Live-Demo ausgesehen hat. Dafür öffnen wir jetzt SCSS, beziehungsweise passen wir das Styling an. So, und los geht's mit dem Styling-Part. Das ist nicht sonderlich relevant. Wir brauchen aber irgendeine Form, dass wir sehen, wenn etwas aktiv ist. Deswegen sagen wir jetzt Keyboard-Controlled, also passen unsere Unordered-List an. Sagen hier als erstes Margin und auch Padding auf Null. Das ist nicht wirklich wichtig, dass das passiert für das Tutorial. Aber es sieht einfach netter aus. Das Nächste, was wir machen, List-Style, sagen wir Null. Wenn wir das machen, verschwinden diese Punkte. Wir sagen Font-Size, damit wir die Schriftgröße ein bisschen größer haben, damit man ein bisschen mehr sieht. Sagen Margin. Hier wollen wir nach unten 20 Pixel. Und dass wir später eine Animation sehen, sage ich hier mit Transition. 150 Millisekunden ist die Dauer. Dann sagen wir Ease-In, Ease-Out. Das machen wir einfach, damit das ein bisschen netter aussieht als Timing-Function. Und sagen, wir wollen gerne alle Attribute unterstützen. Außerdem soll das letzte Element unserer Listen in dem Moment Margin nach unten 0 bekommen. Und jetzt sehen wir hier, wir haben schon mal wunderbar unsere Listen gestaltet. Prinzipiell brauchen wir jetzt noch etwas mehr. Und zwar brauchen wir als erstes ein Mouse-Over. Aber wir brauchen auch unser Fokus. Und in dem Moment möchte ich gerne, dass wenn wir das fokussieren, sage ich CI Red. Also ich möchte gerne die Schriftfarbe verändern in dem Moment, wenn ich mit der Maus drübergehe. Oder wenn das Element im Fokus ist. Außerdem möchte ich, dass der Cursor dann zu einem Pointer wird. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und wenn ich mit der Maus hier drübergehe, seht ihr, die Farbe verändert sich. Wir können hier auch wunderbar dieses Outline anpassen. Zum Beispiel können wir hier auch sagen, Outline CI Red, ein Pixel oder 0.1 Rem und sagen hier Solid. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rübergehe und auch wenn ich mit Tab hier durchnavigiere, was ja schon funktioniert, haben wir jetzt auch diese Outline angepasst. Für dieses Tutorial lasse ich das aber raus. Weil bei Barrierefreiheit beispielsweise wird das hier sehr häufig durch die Tools eh überschrieben. Und man würde das später eh nicht sehen. Aber damit ihr wisst, wie ihr das gestalten könntet, das macht man mit der Outline. Als nächstes gucken wir uns mal an, wie wir eigentlich unsere Navigation machen. Weil wir können bisher ja nur mit Tab da durchnavigieren. Wir können aber noch nichts anklicken und wir können auch unsere Pfeiltasten noch nicht verwenden. So, los geht's mit dem eigentlich spannenden Part dieses Tutorials. Und zwar JavaScript. Das erste, was wir hier machen müssen, ist, unsere Elemente erstmal zu definieren, durch die wir navigieren wollen. Dafür definieren wir uns eine Variable, nämlich Elements und sagen hier in unserem Dokument wollen wir gerne mit dem QuerySelectAll alle Elemente mit der Klasse Element auswählen. Wenn wir uns das hier jetzt ausgeben, Console.log.elements, dann sehen wir auch, okay, fünf Elemente wurden erkannt. Das stimmt auch, sind hier auch fünf Elemente. Das funktioniert also schon mal. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Funktion. Die nennen wir einfach Clicked. Das ist die Funktion, die wir später aufrufen wollen. In unserem Fall sage ich jetzt, die bekommt ein Parameter Target und sage hier Console.log und sage, okay, has been clicked. Und gebe ich hier unser Target aus, dass wir sehen, dass wir auch das korrekte Element ausgegeben haben. Das nächste, was wir machen, ist ganz normal ein Click-Event auf diese Elemente legen, indem wir sagen, for each. Und dann hier for each Element möchten wir gerne eine Funktion starten und sagen hier einfach element.addEventListener. Hier rufen wir einen Klick auf als Event und sagen, okay, unser Event möchten wir gerne übergeben an unsere Funktion und zwar an klickt. Und hier sagen wir, okay, unser Event und dann das Target. In dem Moment, wenn ich das gemacht habe und hier drauf drücke, sehen wir, wir haben hier immer das richtige Element ausgewählt. Wenn ich auf 1 drücke, wird 1 gelockt. Wenn ich auf 5 drücke, wird 5 gelockt. Das ist ein ganz normales Verhalten für ein Click-Event. Aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass das Ganze auch mit der Tastatur funktioniert? Prinzipiell brauchen wir dafür einen weiteren Event Listener. Dafür mache ich auch mal ein bisschen Platz und sage hier, okay, auf unser Document möchten wir gerne ein Event Listener machen. Und zwar sagen wir auch hier addEventListener und unser Event in diesem Fall ist keydown. Es gibt nicht nur keydown, es gibt auch keypressed, keyup und so weiter, aber keydown funktioniert in der Regel am besten. Und hier haben wir ebenfalls ein Event, was dann natürlich aufgerufen wird. Dieses Event wollen wir uns jetzt erstmal loggen, indem ich hier sage, console.log, event. Und wenn wir das machen, sehen wir hier, wenn ich jetzt eine Taste drücke, dass wir ein Keyboard-Event bekommen. Es ist kein Maus-Event, sondern ein Keyboard-Event. Und wir haben hier die Möglichkeit, den Key abzufragen. Und das machen wir jetzt einfach mal. In dem Moment, wenn ich jetzt hier drücke, sehen wir arrow down. Hier sehen wir arrow up. Hier sehen wir enter. Spacebar ist leer. Wir können aber auch hier Buchstaben drücken. Dann sehen wir die Buchstabe. Das heißt, der lockt uns gerade jeden Knopf auf der Tastatur, den wir haben. In unserem Fall wissen wir aber, welche wir haben möchten. Nämlich, wir haben einmal unser Event, also in diesem Fall event key, und sagen, okay, wenn das Ganze enter ist, dann soll er bitte was machen. Und natürlich nicht nur bei enter, sondern auch bei mouse up, arrow down und arrow up. In diesen drei Cases soll etwas passieren. Das können wir uns jetzt einfach mal kurz loggen, indem wir hier sagen, okay, hier passiert irgendwas bei enter. Hier passiert irgendwas bei mouse up und hier bei arrow up und arrow down. Das speichere ich jetzt mal kurz ab. Und wenn ich hier drücke, wird uns das gelockt. Aber wenn ich andere Tasten drücke, passiert nichts. Und das ist ganz entscheidend, dass quasi das auf bestimmte Keys gelegt ist, damit ihr dann entscheiden könnt, was ihr eigentlich machen wollt. Prinzipiell wollen wir jetzt etwas tun. Nämlich, wenn wir enter drücken, wollen wir etwas aufrufen. Und zwar unsere Click-Funktion natürlich. Und hier sagen wir, okay, was wollen wir denn hier übergeben als Target? Und hier ist ein Vorteil, den wir jetzt definieren müssen. Und zwar gibt es ein sogenanntes Document Punkt und hier Active Element. Das ist eine Default-Variable im Browser, die unser aktuell angeklicktes Element hat. Wenn ich hier drauf drücke und ich jetzt enter drücke, kommt das dritte Element immer wieder, weil der Browser diesem Element den Fokus-Tag gegeben hat quasi und darüber das aktive Element definiert wird. Jetzt müssen wir dafür sorgen, wie können wir dieses aktive Element mit arrow down und arrow up verändern. Und das bringt uns zu zwei Funktionen. Und zwar brauchen wir jetzt hier oben einmal eine Function nextElement. Und natürlich brauchen wir nicht nur nextElement, sondern wir brauchen auch previousElement, um natürlich arrow down und arrow up simulieren zu können. Arrow down will natürlich unser nextElement und arrow up kriegt natürlich unser previousElement. Das speichere ich jetzt ab. Damit rufen wir jetzt zwei Funktionen auf. Aber was genau passiert denn zum Beispiel bei nextElement? Hier definieren wir uns jetzt eine Variable, die nennen wir einfach mal next. Und die greift in unserem Dokument ebenfalls auf unser activeElement zu und sagt hier nextElement sibling. Und das ist quasi unser nächstes Element, was hier uns genutzt wird. Aber in dem Moment, wenn ich das speichere und sage, ich will jetzt auf unser nextElement den Fokus setzen, deswegen sage ich jetzt hier einfach next und sage hier Fokus. In dem Moment kann ich jetzt, wenn ich arrow down drücke, hier etwas machen. Aber ihr seht, hier ist null. Und das ist natürlich nicht gut, weil diese Funktion ist natürlich null, wenn es kein aktives Element gibt. Deswegen brauchen wir hier ein Fallback. Und zwar sagen wir hier Elements. Wenn es null ist, dann wähl doch bitte einfach das erste Element aus. In dem Moment, wenn ich jetzt drücke, wird automatisch Element 1 angewählt und ich kann nach unten navigieren. Und sobald ich bei Element 5 bin und das nächste Element, also nextElement sibling null wäre, weil es kein sechstes Element gibt, springt das automatisch wieder zu Element 0, also dem ersten Element unseres Arrays, in diesem Fall Element 1. Und so habe ich quasi jetzt, wenn ich die Pfeiltaste nach unten drücke, kann ich die ganze Zeit hier durchgehen. Das müssen wir uns natürlich jetzt noch quasi duplizieren. Einmal in previousElement und sage hier nicht next, sondern previous und sage natürlich unten auch previous. Aber das funktioniert hier soweit nicht, weil wir können ja nicht das nextElement nehmen. Aber es gibt zum Glück das Ganze auch einmal gespiegelt, nämlich mit previousElement sibling. Und damit wird quasi das vorherige Element ausgewählt. Das Wichtige ist hier allerdings, dass in dem Moment wir natürlich nicht das erste Element nehmen sollen, sondern wir müssen hier Element.length-1 nehmen, quasi das letzte Element im Array. Wenn ich jetzt also Arrow abdrücke und previousElement aufrufe, dann wähle ich automatisch das fünfte Element aus und nicht das erste. Und in dem Moment kann ich jetzt hier wunderbar durchnavigieren mit meinen Pfeiltasten. Die Pfeiltasten ist vor allem eine Navigationsmethode für normale Nutzer, die einfach ein bisschen mehr Performance haben und das Keyboard eher nutzen als die Maus. Und natürlich, die Barrierefreiheit ist durch den Tab-Index gegeben. Dadurch kann ich quasi hier durchnavigieren einfach mit den Tab-Befehlen und kann jetzt auch Enter drücken. Das heißt, in dem Moment, wenn ich jetzt hier navigiere, zum Beispiel mit den Pfeiltasten, habe ich ja den Fokus-Element gelegt, was hier unten aufgerufen wird. Und in dem Moment kann ich jetzt also auch wunderbar hier durchnavigieren und Events triggern, auch wenn ich quasi gar nicht mit der Maus irgendwo draufklicke, habe aber nicht wirklich mehr Code geschrieben und kann das Ganze sehr dynamisch an mein Projekt anpassen. So, das war es für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr dort jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diese Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao! Bis dahin, viel Spaß!